Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und heute zu einem ganz besonderen Video. Ich muss die Hose runterlassen, nachdem ich im Dezember groß angekündigt habe. Ich muss etwas für mich verändern, ich muss was an meiner Gesundheit verändern. Bin ich nun hier nach zwei Wochen und jetzt wird es Zeit, blank zu ziehen und mal zu gucken, hat sich denn bei Danny überhaupt was verändert oder nicht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das Video ist natürlich für mich auch ein bisschen schwerer, gerade wenn man so über Gewicht spricht und das geht natürlich auch an mir nicht vorbei. Das heißt, wie immer, seid bitte nett in den Kommentaren mit mir, dass es natürlich auch bei mir verletzend ist. Aber trotzdem, ich habe es euch versprochen, ich möchte euch zumindest so gut es geht über das Thema ein bisschen mitnehmen, dass ihr ein bisschen den Eindruck habt, wie es so ist und ja, ich würde sagen, Feuer frei! Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Meine Lieben, wenn ihr hier nichts mehr von Maxim und mir auf diesem Kanal verpassen wollt, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Ihr habt hier sehr viel Beziehungs-Updates, Haus-Updates und jetzt auch regelmäßig Gewichts-Updates, was ich verliere, was ich mache. Ich denke mal, das dürfte den einen oder anderen interessieren. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Ja, im Dezember war ein schlimmer Tag für mich. Ich bin zum Arzt gegangen, weil ich im letzten Jahr sehr stark zugenommen habe. Ich habe das hier euch erzählt, muss aber auch dazu sagen, eigene Schuld. Weil mein Problem ist ja natürlich, ich esse sehr gerne und ich bewege mich sehr wenig und das ist halt eine Killer-Kombination für jemand wie mich mit meinen Genen, sage ich jetzt mal. Und entsprechend habe ich relativ schnell nochmal zugenommen, was mich dann schon ganz schön beschäftigt hat und hatte halt auch sehr große Beschwerden beim Laufen etc. Und war dann beim Arzt. Ihr erinnert euch an den Horror-Arzt-Besuch, wo dann auch gesagt wurde, ja, vielleicht habe ich auch schon eine Diabetes, vielleicht eine Prä-Diabetes. Das war alles nicht ganz so klar. Musste ein großes Blutbild machen, könnte ja auch was mit der Schilddrüse sein. Hab dann dann zu Weihnachten, nach Weihnachten die Ergebnisse bekommen, die zum Glück alle positiv ausgefallen sind. Also alles war gut, aber trotzdem ist ja ein bitterer Beigeschmack geblieben und mir war auch klar, nochmal ein Jahr so weitermachen funktioniert nicht. Mir ist es nochmal ganz, ganz wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass es in diesem Video nicht darum geht, dass ich andere überreden möchte abzunehmen. Das ist keine Werbung für Schlankheitsprodukte, für irgendwelche anderen Sachen. Das ist ein reines Videotagebuch für mich, wo ihr gerne mit zuschauen dürft, gerne eure Meinung zu abgeben dürft, aber es wird hier nicht passieren, dass ich hier irgendwelche Fitness-Dinge bewerbe, weil da bin ich die falsche Werbefigur. Das will ich gar nicht sein, sondern hier geht es wirklich einfach nur darum, euch meinen Fortschritt zu zeigen, wie ich mich denn so ein bisschen entwickle. Und so war es dann auch. Ich habe für mich gesagt, okay, ab dem 01.01., ich persönlich bin ja ein Fan von Jahresvorsätzen, es gibt viele, die das albern finden, ich selber finde das sehr, sehr gut, und habe mir gesagt, okay, ich möchte zumindest die Ernährung umstellen, ja, aber damit ist es nicht getan, ich muss mich mehr bewegen. Im Durchschnitt laufe ich vielleicht am Tag 700 bis 1.000 Schritte, mehr nicht, das ist erschreckend wenig. 10.000 Schritte gilt als sehr gesund, so 6.000 bis 10.000 ist sehr gesund. Viele, die von euch zum Beispiel in so einem Beruf wie in der Pflege sind oder ein Büro vom Einzelhandel, das sind ja alles wirklich sehr, sehr wichtige Berufe, und ihr werdet über 10.000 Schritte am Tag lachen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber für Menschen wie mich, die eine quasi Bürotätigkeit haben, für die ist es sehr, sehr schwierig, auf gesunde Schritte zu kommen. Und für mich ist das sehr, sehr schwierig, weil ich ja noch nicht mal einen Arbeitsweg habe, weil ich ja alles von zu Hause aus starte. Ja, das heißt, meine Schritte sind auf das Minimum im letzten Jahr, auf 700 bis 1.000 Schritte am Tag. Das ist eine Katastrophe und hat mir auch eine niege körperliche Schäden verursacht. Nicht nur, dass ich, ja, zugenommen habe, sondern halt auch wirklich die gesamte, ja, die gesamte Muskulatur am Rücken ist für den Arsch gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich hatte schon sehr, sehr Schwierigkeiten, gerade in den ersten Tagen, als ich dann gesagt habe, ich muss jetzt etwas ändern. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Es sind jetzt so ein bisschen die, von meinem Crashkanal, die Animationen. Das stört mich persönlich aber nicht, weil ich euch damit trotzdem alles besser präsentieren kann. Ich habe also für mich entschieden, ich muss mich mehr bewegen. 10.000 Schritte am Tag, das ist die Challenge. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß ja auch, dass ich die Challenge durchbeiße. Und hier ist das erste Ergebnis. Von der ersten Woche, also quasi ab dem 1.1. bis zum 7. Januar, bin ich insgesamt, hier seht ihr das, 77.000 Schritte gelaufen. Das sind 11.000 Schritte im Durchschnitt am Tag. Und hier könnt ihr quasi sehen, wie viele Schritte es am einzelnen Tag war. Also das ist hier Montag, Montag bis Sonntag, 10.000 bis 11.000 Schritte. Wer wissen will, welche App das ist, schreibt mich bei Instagram an. Ich will keine Werbung machen für irgendwelche Produkte, die damit zu tun haben, weil es einfach nicht das ist, was ich hier euch zeigen möchte, sondern es ist einfach nur für mich ein Analyse-Tool. Genau, also das ist quasi diese Geschichte mit der Verlaufskurve. Vielleicht interessant, insgesamt bin ich 7.900 Kalorien leichter. Also das ist das, was ich abgelaufen bin, 7.900 Kalorien. Ich bin eine Strecke von 57,6 Kilometer gelaufen in einer Woche. Und das entspricht 15,5 Zeitstunden. 15,5 Zeitstunden war ich draußen unterwegs und habe damit 1 Kilo Körperfett abgelaufen. Man sagt so 7.000 Kalorien entsprechen einem Kilogramm Körperfett. Also ein Kilogramm Körperfett habe ich abgelaufen und das ist die erste Woche gewesen. Jetzt kommen wir mal in die zweite Woche. Zack, da habt ihr und das seht ihr hier, da ist der Sonntag noch nicht drin, also heute, weil ich heute natürlich noch nicht draußen war. Auch hier sind wir, bin ich, 66.000 Schritte gelaufen. Da fehlen jetzt 9.500, die kommen heute noch mit dazu. Das entspricht 11.000 Schritte am ersten Tag, 11.000 am zweiten, so seht ihr das so ein bisschen. Und das sind auch nochmal 6.900 Kalorien, die ich abgelaufen bin. Auch nochmal eine Strecke von 51 Kilometern mit 12 Zeitstunden. Und man sieht jetzt schon, das war ein bisschen schneller schon, klar. 12 Zeitstunden, ich habe weniger Pausen gemacht. Mir fehlt noch der Sonntag, aber rechnet jetzt mal noch anderthalb Stunden mit dazu. Dann sind trotzdem anderthalb Stunden weniger, weil ich schneller geworden bin. Das ist etwas, was ich hier auch mit meinem Analyse-Tool sehe. Und in der ersten Woche, ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich für Schmerzen hatte. Hinten am, ich habe so zwei Gelenkblockaden gehabt, ich wurde dann ja noch getapet gehabt und so, so dicken Probleme halt. Wirklich große, große Probleme und das meine ich nicht abwerten, das meine ich rein für mich persönlich. Das war wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig und habe das dann durchgezogen, habe dann mit der zweiten Woche das dann hingekriegt. Und jetzt zeige ich euch mal die Monatsübersicht. Insgesamt bin ich 144.000 Schritte gelaufen, 10.200 Schritte am Tag. Hier seht ihr das, das sind nochmal so die Tage, wo es blau ist, bin ich durchgelaufen. Der 14. also heute fehlt. Dann die grünen Punkte, das ist einfach nur das Zeichen dafür, dass ich ein Training gestartet habe. Je das draußen Laufen ist Training, manchmal habe ich es vergessen zu aktivieren. Das seht ihr hier. Ansonsten bin ich insgesamt 14.900 Kalorien leichter, also zwei Kilo Fett abgelaufen. Insgesamt bin ich eine Strecke von 109 Kilometern gelaufen. Das ist eine Zahl, die mich selbst jetzt hier in der Analyse extrem stolz macht, aber auch extrem überwältigt. Ja, 1.900 Kilometer und bin insgesamt 27 Stunden gelaufen. 27 Zeitstunden. Also ich war eigentlich einen gesamten Tag nur am Laufen. Und hier seht ihr das schon, wenn man das mal sich im Durchschnitt der anderen Monate anschaut, bin ich schon hier und wir sind gerade mal bei zwei Wochen. Das ist schon eine krasse Leistung, wie ich finde. Ich bin da sehr, sehr stolz drauf, das sage ich auch ganz selbstbewusst, weil das für mich, der einen Arbeitstag von, und ich will nicht jammern, der einen Arbeitstag hat von morgens um 5 bis abends um 20 Uhr und dann ist manchmal ja noch Stream, dann bis 22 Uhr, da ist nicht sehr viel Zeit für anderthalb Stunden Laufen. Ich brauche für 10.000 Schritte circa anderthalb Stunden. In der ersten Woche habe ich zwei Stunden gebraucht, weil ich sehr viel Pause machen musste. Jetzt schaffe ich es auch schon durchzulaufen ohne Pause. Dann sind es nur anderthalb Stunden. Aber trotzdem, das ist schon ein großer, großer Unterschied. Und im Gewicht, das ist vielleicht auch ganz interessant, ich habe ja auch einen Kaloriengrundumsatz, weil ich ja sehr schwer bin, sehr groß bin. Ich bin ja 1,93 groß. Über mein Gewicht reden wir noch nicht. Wir reden nur über das, was ich abnehme. Ich bin halt sehr groß. Das heißt, ich habe einen sehr großen Grundumsatz. Und da kann ich euch jetzt schon zeigen, was ich nach zwei Wochen runter habe. Und das sind 6 Kilo. Also ich habe 6 Kilo abgenommen in den allerersten zwei Wochen. Da muss man sagen, sehr viel Wasser, sehr viel Inneres, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber trotzdem, es sind 6 Kilo weniger auf der Waage. Und das ist schon etwas, worauf ich persönlich sehr, sehr stolz bin. Diese anderthalb Stunden, die ich laufe, die nutze ich tatsache manchmal für die Arbeit. Ich mache sehr viele Telefonate, rege sehr viel am Telefon, aber manchmal nutze ich die Zeit auch einfach nur für mich, für meine Gedanken, mache mir dann entweder die 3 Fragezeichen an oder ein Harry Potter Hörspiel oder so und versuche so ein bisschen abzuschalten und versuche auch mal nicht zu denken. Also ich nutze die Zeit, ich unterwegs bin verschieden und habe auch für mich festgestellt, dass das Training auf dem Laufband mich nicht so glücklich macht, wie draußen zu laufen. Auf dem Laufband, das ist eine so für mich persönlich ungesunde Bewegung, weil ich irgendwie da anders nochmal auftrete als draußen. Draußen habe ich dann auch so ein bisschen so den Boden, dass ich wirklich die ersten zwei Tage mehr auf dem Laufband war. Und dann habe ich gesagt, so, ich gehe jetzt raus und ich laufe meine Runden. Habe verschiedene Wege auch hier gefunden. Ich würde euch die Karte gerne einblenden, aber dann seht ihr ja die Straßenecken und die Straßenecken. Dafür kann ich sie euch nicht einblenden, aber ich habe halt so meine Runde entdeckt. Diese ist so 9.900 Schritte groß, plus minus. Die kann ich am Tag ablaufen und bin da wirklich mit zufrieden. Und ja, also das erste Video und das erste Ergebnis nach zwei Wochen. Genau, also das ist das, was ich geschafft habe. Darauf bin ich persönlich sehr, sehr stolz und habe auch schon viele aus der Community motiviert. Das ist auch total spannend zu beobachten, dass viele das bei mir auf Instagram sehen und mir dann auch schreien, Mensch, Danny, weiter so. Ich bin heute auch schon 6.000 Schritte gelaufen. Das sind super. Jeder Schritt, den man mehr macht, ist super. Und ja, das war mir wichtig, euch heute einfach mal zu zeigen. Einfach, weil ich es versprochen habe und weil ich gemerkt habe, dass das Thema euch so interessiert. Denke ich, war das schon heute ein kleines Erfolgserlebnis. Wir sehen uns wieder, natürlich sowieso hier auf dem Kanal. Aber auch, wenn ihr mehr von diesen Updates haben wollt, von meiner Bewegung, von meiner Ernährung, von meinem Gewicht. Wir müssen ja auch mal über Ernährung sprechen. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und seid lieb mit mir. Also macht es gut. Tschüss.